Mega. Könnte ich stundenlang spielen. So. Okay, da kriegen wir unsere Pünktchen. Naja, haben wir wenigstens ein paar gemacht, ne? So, dann schauen wir nochmal ein bisschen zu. Schauen wir nochmal ein bisschen Mabu. Oh, Mabu, oh, Mabu, oh, Mabu, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das, ja. Mabu, das sieht gar nicht gut aus, was du da tust. Wen haben wir denn noch dabei? Guck mal, die Hanna ist mit dabei. Und der Sukai. Oder Sukai. Mabu hängt noch. Die Hanna macht den Generator. Ja. Sukai. Sukaihai. Oder Sukihai. Ja, rette Mabu. Schaffst du, das schaffst du. Komm, oh, das wird knapp. Ich glaube, ich glaube nicht. Mach's gut, Mabu. Mach's gut. War schön mit dir. Äh. So. Hanna wird, glaube ich, gejagt. Kann das sein? Hanna Montana. Ja. Boah, ist ja gut. Alter, ist ja gut. Hahaha. Das ist seine Farm. Und hier wird aufgeräumt. Da ist die Luke. Da ist die Luke. Was? Wie konnte er ihn nicht, wie konnte er Sukai nicht sehen? Boah, der ist wirklich gut. Mabu, der ist gut. Der ist wirklich gut. Mabu for president. Ich hab dich, ich hab mich geopfert für dich. Meine Güte. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er macht. Was, du hast mich eingeladen zum Spiel? Wieso, wir sind doch noch im Spiel drin. Oder, ach so. Können wir jetzt einfach rausgehen? Ach so, weil wir gestorben sind, können wir ja einfach rausgehen, ne? Ist ja... So, verlassen. Genau, wir kriegen die Punkte ja trotzdem. Weil wir ja gestorben sind, ist ja kein... Kein, ähm... Backseat Gaming. So, warte mal. Wie ist das denn jetzt hier, ähm... Einladung. So. Hier klicken, um beizutreten. Okay, machen wir mal. Zack. Da sind wir schon. Yeah! So, private Lobby. Oder private Partie. Ich bin bereit. Ach, er möchte jetzt Killer spielen. Natürlich! Klar! Mabu möchte jetzt Killer spielen gegen mich. Natürlich! Ich, weißt du? Ja, genau. Oh, seltener Perk. Ernsthaft? Mabu, ernsthaft? Du weißt ganz genau, dass ich das Spiel nicht kann. Und lades mich zu einer Partie ein, wo du der Killer bist. Du hast wahrscheinlich schon Prestige Level 20 oder so. Das ist ein bisschen unfair, findest du nicht? Aber er ist One gegen One. Ich hoffe, ich habe auch nur einen Generator zu machen. So. Ich bin mal gespannt, welche... Welche, ähm... Ich bin mal sehr gespannt, welche Karte jetzt kommt. Ist eigentlich diese Halloween-Karte ein DLC? Oder ist die eigentlich in der Kartenrotation automatisch drin? Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich ein DLC ist. Gestörte Abteilung, ja. Gestörten Abteilung. Das trifft es manchmal beim Arbeitsamt auch irgendwie zu. Es ist der Geist. Oh Gott. Furchtbar. Wie ich ihn als Killer hasse, aber selber ihn gern spiele. So. Oh Gott, zwei Generatoren. Ernsthaft? Wie mies. Ich dachte, einer ist ja schon... Das ist aber unfair. Du kannst jetzt in den Stream gucken. Das ist... Das ist Cheaten. Weißt du, ja? Dann weißt du... Ja, natürlich. Alter. Hü, geh weg. Haha. Das ist unfair. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Geh weg. Du stinkst nach Maggi. Das ist unfair. Du cheatsst. Du guckst in den Stream. Hü. War das eine gute Idee? Geh weg. Lass das. Haha. Geh weg. Hü. Nein. Oh komm. Ey, komm. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Alter, komm mal mit leuchtenden Augen und alles. Komm. Toll. Wie gemein. Hü. Survival. Ja. Na komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Nein, 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 nein. Ich will nicht am Haken hängen. Ich will nicht am Haken hängen. Ich will nicht am Haken hängen. Ich möchte nicht. Nein, 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 nein. Haha. So. Oh, komm. Ich bin doch gerade... Das gibt es doch nicht. Komm mal, wenn du mal wissen willst, wie so hässliche Menschen entstehen, so wie du jetzt gerade hier aussiehst, dann frag deinen Vater. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Ach so. Ich soll den Generator machen. Ach so. Ja. Ach, hier Punkte farben auch noch, oder? Nicht böse nehmen immer die Sprüche von mir, ne? Also wie gesagt. So. Ja, ist doch gut. Ja. Ja. Aber das ist doch eine private Nobby. Kriegen wir dafür Punkte? Aber ich kann das doch nicht mit dem Generator. Bitte, Meister, hauen Sie mich nicht. Ich kann das doch nicht, Meister. Wie er in die Schränke guckt, ne? Hast du irgendwas... Hast du irgendwas vergessen? Äh. Was ist denn jetzt? Wie sind Sie denn wieder zurückgegangen mit der Reparatur? Ja, ich mach... Ja, Meister. Ja, mein Herr. Ja, mein Meister. Ich schaffe das. Ähm. Das dauert aber ewig und drei Tage. Ich schnauig. Können wir gleich wieder eine normale Runde... Eine normale Runde spielen? Ja. Hä? Alter. Ja, mein Herr und Gebieter. Bitte, lassen Sie mich runter. Hallo? Hallo? Aha. Natürlich. Na klar. Ich vertraue dir kein Meta mehr. Erst so tun, weißt du, hier mach mal den Generator. Und dann eisknallt niederknüppeln. Alter, eiskalt niederknüppeln. Ne. Ne. Wie gemein. Wie gemein. Alter. Gibt's doch eh... Gibt doch eh keine Blutpunkte, oder? Oder doch? Ne, gibt's ja nicht. Weil es private Lobby war. Gut game. Jaja, gut... Du mich... Du mich auch gut game, Alter. Verstehe ich nicht? Oh, Mann. Ne, 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 ja, 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 ich möchte mal hier so eine... Warte mal. Warte mal. Ähm... Wie komme ich denn jetzt hier... Überleben mit Freunden. Komm, wir machen nochmal Überleben mit Freunden. Komm. Ich lade dich nochmal ein. Hier zum Spiel einladen. So, Einladung gesendet. So. Klar, weißt du, hier... Lass mich fertig machen von einem, der hier, keine Ahnung, overpower ist. So. Ja, ich bin bereit. Auf ein neues. Jaja. So, ich guck nochmal eben im Menü, was wir dafür... Äh, hallo? Geht's schon los, oder was? Ich hab doch gar nicht... Ich will mir doch gar nicht nehmen. Hallo. Ah. Ich muss ja nochmal gucken wegen ein paar Perks hier. Ich, ähm... Muss mich nochmal ein bisschen ausstatten. Was haben wir denn hier? Die Aura von Kisten. Was haben wir denn noch hier? Okay, da ist nichts mehr. Mh... Den nehmen wir mal mit. Ah ja, das waren ja die, die in Kisten sind, ne? Die Add-ons. Ja, genau. So, was haben wir hier noch? Genau, nehmen wir mal mit. Okay. So. Ich bin bereit. Und dann geht's los. Voll geil. Ich hol mir nochmal einen... Schluck Kaffee ein. Warte mal. Ich war nicht auf Toilette, das war nur der Kaffee, ne? Also nicht wundern. So. Ah, lecker. Köstlich. Mh. So. Ähm. Ja. Babu. Jetzt müssen wir zusammenhalten. Mein Held. So. Die Werkstatt. Auto Heaven Schrottplatz. Das klingt doch vielversprechend. So. Dann gucken wir mal. Da hinten ist eine Kiste. Ich werde mal versuchen, da hinzukommen. Ohne, dass mich hier der Killer sieht. Aber wir können doch eigentlich mal anfangen. Was? Was? Wie kann denn jetzt schon ein Generator fertig sein? Alter, was? Okay, das ging aber schnell. Die Runde hat doch gerade erst angefangen. Sneaky, Sneaky, Sneaky. Sneaky. Hier ist schon mal ein Generator. Ich habe noch keine Ahnung, wer der Killer ist. Vielleicht hat Mabu schon die Bekanntschaft gemacht. Ich noch nicht. Das war ich. Ja, aber wie geht das so schnell? Wie kann man so schnell einen Generator aktivieren? Wahrscheinlich die Mega-Perks, die du hast. Ich treffe das mit der Leertaste nicht immer. Das ist das Problem bei mir. Weil das so... Ich denke mal, das liegt auch an dem Leck, der... Weil ich über WLAN... Ja, ich habe es gewusst, weil ich über WLAN spiele. Vermute ich mal, dass es daran liegt. Oh, da liegt schon jemand. Ah, mit dem Perk, okay. Ah, der Fallenleger ist es. Da müssen wir also aufpassen auf Fallen. Ja, es leckt. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Also, die Anzeige ist so lecky. Deswegen treffe ich das mit dem Leerzeichen nicht. Es liegt wahrscheinlich an der Verbindung bei mir, wegen WLAN. Ich muss unbedingt über Kabel dann... Spielen. Der Stream läuft ja über Kabel, aber... Das spielt gerade über WLAN. Na toll! Na toll! Was ist denn hier los, Alter? Der wird doch gleich hier sein. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, jetzt ist... Ja, das war so klar. Ich hau ab. Und er läuft wahrscheinlich mir hinterher. Da wette ich mit. Gut, auch nicht. Toll, super. Der Generator ist schon fast fertig. Mabu, kannst ja mal hingehen. Geh mal eben hin mit deinen Mega-Perks. Melmon. Der Melmon ist der... Menni-Melimon. Der Melimon ist auch schon angegriffen worden. Das ist wahrscheinlich der, der gerade bei mir war. Juhu! So, ich probiere mal hier mein Glück. Mein Glück. In Hoffnung, dass der... Killer nicht kommt. Oh Gott. Da hinten. Ei, 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 ei. Nein! Oh! Ach, komm! Ernsthaft? Ich bin so schlecht im Reparieren. Aber wie gesagt, das liegt, glaube ich, an... Dass es so laggy ist. Der kommt bestimmt hin. Pass mal auf. Bei meinem Glück. Ja. Ich hab's gewusst. Ah, der hat mich gesehen. Hallo! Hallo! Scheiße. Fuck. Scheiße, fuck. Oh, was? Alter! Hör! Hör, wo kommt er denn her? Hör, geh weg! Geh weg! Lass mich! Ah, komm! Oh, wie mies! Wie schnell er auch ist. Alter! Wiggle, wiggle, wiggle! 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 Ach komm, da ist schon der Haken. Wie gemein. Jungs und Mädels, der steht hier gerade noch, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und er legt eine Bärenfalle. Vor meinen Füßen. Toll. Scheiße. Äh. Ähm. Bevor ihr hinkommt, hier liegt ne Bärenfalle. Äh. Hallo, Mabu. Hier liegt ne Bärenfalle. Pass auf. Nein! Alter! Nein! Oh Gott. Ähm. Es wäre schön, wenn mich jetzt einer retten würde, weil jetzt gerade er beschäftigt wäre. Ist. Wie auch immer. Genau. Was? Jetzt schon? Alter! Höh. Ja! Ich muss kämpfen. Oh Gott. Oh. Da ist schon jemand von uns gegangen. Hanami ist von uns gegangen. Äh. Noch nicht. Keine Bärenfalle mehr hier bei mir. So wie es aussieht. Oh nein. Wir sind alle am liegen. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube... Keine gute Runde. Da brauche ich auch, glaube ich, nicht mehr kämpfen. Mabu liegt auch. Nein. Mabu. Höhöhöh. Warum kämpfe ich eigentlich? Ist eh vorbei. Wird Zeit, Lebewohl zu sagen. Lieberwohl. Meine ich das nur? Oder ist der Ton... Oh. Warte mal. Hm. Tja. Das war's. Alter. Guck dir mal den Joe an. Verstört. Terroradius ist erhöht um 24%. Äußerst seltener. Was? Erhöht deine Geschwindigkeit während des Tragens von Körpern um 18%. Während des Tragens eines Körpers ist dein Terror-Stadius oder Terror-Radius um 6%. Alter. Wie soll ich denn da mal gewinnen? Da kann ich niemals gewinnen. Okay. War trotzdem ein good game. So. Alter. Wie gemein. So. Ich höre nur noch nicht hier, ne? So. Pass auf. Tritt einer Lobby bei. Warte mal. Wie kann ich denn... Nee. Huch. Nein. Wollte ich gar nicht. Zurück. Nein. Nein. Will Lobby verlassen. So. Äh. So. Übernehme mit Freunden. Mit Freunden möchte ich gerne überleben. Hallo. Ich, äh. Genau. Dann nochmal einladen. Dann machen wir nochmal den Mabu nochmal ein hier. Und dann... Schauen wir nochmal. Spielen wir nochmal nochmal ein Rundchen. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Und dann, äh, switchen wir gleich da mal rüber. So. Äh, es macht so viel Spaß. Ich bin so süchtelnd. Furchtbar. Furchtbar. So. Genau. Und dann wechseln wir gleich rüber zu Playstation. Ähm. Ich stöpsel dann alles so ein bisschen um. Und tralala. Und dann, ähm. Ja. Machen wir das gleich mal. So. So. Äh. Hä? Was ist denn jetzt? Tritt einer. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Kann das sein? Shift und Up. Haben ich eingeladen. Okay. Aber nicht hier wieder, ne? Nur Killer und ich. Oder so, ne? Das, ähm. Möchte ich nicht. Das ist, das wäre unfair. So. Hallo? Hallo? Ladebildschirm. Ah, ja. Ich bin bereit. Mein überlebender Rang. Suche nach Spielen. Jetzt bin ich mal gespannt. Passiert jetzt? Oh. Oh. Oh, ja. Ich bin. Ich bin bereit. Da fehlt noch einmal mit bereit klicken. Dann können wir eigentlich loslegen. So. Erstmal die letzte Runde Dead by Daylight. Erstmal. Für diesen Moment dann. Und dann, wie gesagt, switchen wir rüber. Mal wieder zur Playstation. Dann auch live von der Playstation zu finden. Und auch hier auf Twitch natürlich. Und dann werden wir mal anfangen mit, ähm. Ich glaube, wir fangen mit Wig an. Ich glaube, wir fangen mit Wig an. Guck mal, mit Wig. Wig Wapro. Oder Wig Damid. Können wir damit anfangen. Wer hat denn da noch nicht bereit geklickt? Hallo, Freunde. Bereit. Ah. Können wir damit ein bisschen anfangen. Dann bleiben wir so ein bisschen beim Horrorthema. Und dann, äh. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Welches Spiel wird er nachher spielen? Übrigens, The Forest habe ich angefangen im Let's Play. Ich muss mal gucken, dass ich die Kamera irgendwie, äh, noch einschelber. Ich hatte eigentlich mit Kameraaufnahme. Aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme. So. Ja. Vielleicht morgen mal, morgen Nachmittag mal. Oder morgen früh mal ein paar Folgen aufnehmen. Mit Kameratestweise weitere. Wie gesagt, das ist erstmal noch alles so ein grobes Setup jetzt alles hier. Aber es macht schon echt mega Spaß. Muss ich sagen. Aber es soll nicht jetzt heißen, dass ich jetzt nur PC spiele. Sondern auch, ähm, wie gesagt, bei der Playstation bleibe. Ne. So, da ist auf jeden Fall schon mal der, da ist schon mal der Ausgang. Chat ist so ruhig. Ist es so spannend? Beim Zugucken. Hier ist schon mal ein Generator. Ich probiere es mal. Mein Glück. Ich weiß ganz genau, dass ich, äh, ich weiß ganz genau, dass ich es nicht schaffen werde. Uh. Aber ganz knapp. Okay. Es ist der Mann mit der Kettensäge. Ja, und er kommt. Ich hab'n nervösen Finger. Ja. Ist ja, ich seh'n nicht. Fuck. Fuck. Ich probiere mal nochmal mein Glück hier bei dem Generator. Vielleicht haben wir bei der Runde ja ein bisschen mehr Glück. Mal gucken. Oh, das war so klar. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da läuft er. Alter. Alter. Hast gesehen? Voll am Jagen. Okay. Er hat sie. Swaggli. Was? Swagglito? Swagglito. Swaggl. Swaggl. Lässt er sie? Nein, er lässt sie nicht liegen. Okay. Ich schau' mal, wo er da geht. Auf jeden Fall in die Richtung. Ach, da ist direkt der Haken. Ach so. Der ist bestimmt am Campen, ne? Oder? Der Drecksack ist bestimmt am Campen, ne? Oder? So wie ich ihn kenne? Ich versuch' den mal zu retten. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh nein. Der ist hier. Der ist am Campen. Hundertprozentig. Oder? Ey, ich wollte's retten. Alter! Wer macht denn sowas? Geh mal an die Seite. Ich will den Generator machen. Wenn wir schon dabei sind. Ob das so eine gute Idee ist, hier direkt den Generator hier zu machen, wo er sie gerade aufgegangen hat. Ich weiß es nicht. Ich riskiere es einfach mal. Aua! Das ist unfair. Ich wollte das nicht. Entschuldigung. Ich versuch' mal Richtung Kiste zu gehen. Vielleicht finden wir da ein Medipack oder so. Ist der immer noch hinter uns her? Weil die Musik noch so komisch dramatisch ist. Hm. Naja. Was haben wir? Oh, ein Medipack. Sehr geil. Können wir gut gebrauchen. Nein. Oh, komm. Ernsthaft? Ach, das reicht nicht. Natürlich reicht's nicht. Hier unten ist noch eine Kiste. Ich versuch' mal mein Glück. Vielleicht finden wir ja noch ein Medipack. Aber wie geil dieses Spielprinzip ist. Und um dieses simple... Dieses simple... Dieses simple Spielprinzip doch ist. Jawohl, geheilt. Geil. Oh Gott. Ich hab' ne ganz große Befürchtung. Hallo Thomas. Na, wie geht's denn so? Ähm. Ich sollte hier verschwinden. Mabu, wo bist du? Brauchst du... Oh ja. Du brauchst Heilung, Mabu. Ich hab'n Medipack. Ah, er hat sich schon geheilt. Okay. Ich hör... Oh nein, ich hör... Er kommt. 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 Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ich hör' ihn, aber ich seh' ihn nicht. Das Problem ist, man hört immer das Herzklopfen an. Und dann denkt man immer, hm, ja, er könnte schon da sein, aber ist er dann doch nicht? Ah, er ist beim Mabu. Er ist beim Mabu, okay. Das war ich nicht. Das war der andere Kollege. Mann, Thomas. Jetzt dräng dich mal an. Wann. Okay, das war ich. Oh Gott. Der wird jetzt definitiv hierhin kommen. Hundertprozentig. Oh, jetzt muss ich weg. Ciao. Ja, er kommt. Ich muss weg. Scherz mich, du Hose. Oh, hier ist noch ein Generator. Guck mal. Mitten irgendwo in der Pampa hier ist ein Generator am stehen. Ich glaube, die Befürchtung, dass der uns hier... Warte mal, Mabu hängt, ne? Oh, warte mal. Der hängt da hinten. Ich versuche, ihn mal zu retten. Mabu. Oh Gott. Oh Gott. Ach, er ist schon befreit. Uah. Alter, der läuft hier rum. Der läuft hier irgendwo rum. Okay, diesmal werden wir es definitiv schaffen. Ich glaube, wir schaffen es. Achso, wo war es? Na, ah, warte, 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 warte. Der ist hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar, oh Gott, furchtbar. Der ist hier, oh Gott. Oh Gott, ich muss weg. Mabu, der ist irgendwo hier. Wenn, dann komm hier zu mir. Ich bin hinten. Psst, 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 oh Gott. Oder der Killer guckt auch gerade den Stream. Das wäre unfair. Der muss hier in der Nähe sein. Aber wo? Da. Mabu, nein. Scheiße. Fuck. Fuck. Okay, läuft da hinten irgendwo? Läuft er lang? Ah, der Ausgang ist auch schon völlig cool. Jetzt ist nur die Frage, was ist mit Mabu? Stirbt der jetzt direkt? Oder hat der noch Chance zu überleben? Und er hängt ihn im Keller auf. Oh, wie gemein. Boah, wie fies. Im Keller. Das ist voll gemein. Wo ist der? Ich seh den nicht. Der kämpft bestimmt unten, ne? Mabu, ich würd dich gerne retten. Aber ich hab die Befürchtung, dass der... Dass der unten kämpft. Ja, der ist hier unten. Scheiße, fuck. Mabu, tut mir leid. Ich... Alter, was? Ne. Ne. Mabu, es tut mir leid. Es tut mir leid, Mabu. Es tut mir leid. Wo ist der Ausgang? Fuck. Wo ist der... Wo ist der fucking Ausgang? Wo ist der fucking Ausgang? Es tut mir leid, Mabu. Ich wollte kommen, aber der hat unten gecampt. Wo ist denn der fucking Ausgang? Ah, hier. Ist der schon offen? Natürlich nicht, ne? Ist klar. Ich höre ihn mit seiner Säge. Ähm. Entkommen die anderen jetzt auch, oder? Der Säge-Lito? Ich hoffe, der andere entkommt jetzt auch. Ich geh mal. Tschüss. Ja, 5000 Punkte. Yeah. Yeah. Überlebt. So. Sehr schön. Macht nix. Ja, sorry. Säge-Lito. Aha. Okay. Ah, Item verdient. Cool. So. Ja, super. Alles klar. So, dann, ähm. Genau. Dann war es das jetzt auch erst mal mit, äh. Jeder ist es sich selbst der Nächste. Ja, du kannst ja eigentlich auch, du kannst ja im Prinzip kannst du ja auch, ähm, im Prinzip kannst du ja wirklich auch Arschloch sein, ne, in dem Spiel. Du kannst einfach um dich selbst kümmern, ne? Machst halt die Generatoren, ne? Und wenn die Tür offen ist, haust du einfach ab, ne? Und lässt die anderen, verschenkst natürlich dann auch Punkte. Aber, ne, du kannst auch assi sein. Ähm, ja, das soll es auch erst mal gewesen sein mit Dead by Daylight, ähm, und würde sagen, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ne? Och. Essen mal. Ön. Ön. Ön.